Red Baron, der Röchse von Tisca. Das Motto, Leute, klagt nicht, kämpft. Das tun sie, immer. Das Motto, Leute, klagt nicht, kämpft. Der letzte, da haben wir noch eine Feuerhahn. Die Kupplung tritt nicht mehr richtig, aber Szeranski packt gut unter Kontrolle, der heute kürbelt. Er ist ein Beer, der Tier in den Kupplung tritt nicht mehr, sondern der Kupplung tritt. Das ist ein Beer-Güttler. Der Kupplung der Kupplung tritt über ein Teil erstellt, die Kupplung tritt hat. Der Kupplung tritt verraten, ohne ein Illinois auf der Kupplung tritt ist. Der Kupplung tritt ist einiger Menschenkinder. Das war's für heute. Berlin ist unbedingt gewohnt, in die Hände! Rappen Holen! Ah, der Pull läuft nicht optimal. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind gespannt auf den roten Baron. Auf geht's, André Siebsen, Red Baron. Und das Publikum auf der rechten Seite, er nimmt ihn auch noch. Red Baron und das Ganze mit ziemlich genau 100 Metern. Und der 9 soll es Richtung Full-Pull-Marke gehen. Zeranski ist gut drauf, der Red Baron ist wieder da. Er hat seinen Ladedruck wiedergefunden. Finale in Kürthausen. Oh, no! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020